Hallo alle zusammen, heute sprechen wir über die Neuankündigung von der EOS R1, die EOS R5 Mark II, wir sprechen über Nikon, das neue Update und wir sprechen über die neue Fuji X106 bzw. auch ein Objektiv von Sigma und ganz zum Schluss zeige ich euch noch spezielle Bilder und Profile von Instagram, die mir besonders aufgefallen sind, es lohnt sich also bis zum Schluss dieses Video zu Ende zu schauen. Fangen wir an mit der R1 oder der R5 Mark II, beide Kameras von Canon und die wurden jetzt nochmal in ein neues Lineup, ein neues Rollout in der Timeline aufgeführt. Ihr wisst, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres wurde bereits Gerüchten zufolge gesagt, dass die R1 pünktlich zu Olympia dieses Jahr kommt und die R5 Mark II dann im Herbst erst kommt, damit man quasi das Flagship vorn dran setzt für alle Fotografinnen, Fotografen, die dann zu den Events die Kamera brauchen. Jetzt hat sich das Ganze geändert, jetzt hat man das Ganze quasi ins Gegenteil verkehrt, sodass die R5 Mark II zeitiger kommen soll. Allen Gerüchten zufolge soll die R5 Mark II bereits im April kommen und die R1 erst im Herbst, also deutlich später als geplant. Sie soll vor allen Dingen auch in der Auflösung sich verändert haben. Man geht also nicht mehr von einer hochauflösenden Kamera aus, hochauflösend im Sinne von nochmal deutlich höher als die R5 Mark I, die hier ist, sondern eher 61 Megapixel, vielleicht sogar noch mehr. Jetzt geht man davon aus, dass das Ganze deutlich weniger Megapixel haben soll. Der Sensor soll mit ungefähr 30 Megapixeln auflösen. Für meine Begriffe völlig ausreichend. Man braucht nicht zwingend mehr, vor allen Dingen in der Sport-Action-Fotografie, wo man meistens auf Schnelligkeit setzt, also die Bilder schießen, sehr schnell raus exportieren, schnell an die Agentur weitergeben. Da sind hohe Auflösungen eher hinderlich. Dem kommt man wahrscheinlich bei, indem man sagt, okay, 30 Megapixel soll jetzt reichen. Die Kamera wird später kommen. Man vermutet, dass zu Olympia ausgewählte Fotografen die Kamera bereits besitzen oder zumindest testen werden. Aber man geht davon aus, die breite Masse wird sie erst im Herbst dann zu kaufen bekommen. Und die R5 Mark II soll kommen. Ja, als Update zu R5 bereits, ja, kann man machen, wenn ihr mich fragt, im Sinne von, ist es lohnend, laut den Spezifikationen, die sie haben soll. Natürlich ist die Kamera nochmal deutlich besser als die R5, aber die R5 ist halt schon so gut, muss ich sagen. Also sie ist in vielen Belangen immer noch einigen anderen Kameras, finde ich persönlich zumindest, voraus. Gerade was das Thema Autofokus betrifft und vor allen Dingen auch was den Bildlook betrifft. Da ist Canon einfach eine eigene Liga, wenn ihr mich fragt. Und versteht mich nicht falsch, ich nutze Sony, ich nutze Canon, ich nutze Fuji, Nikon jetzt nicht. Aber bei diesen drei Marken fällt mir immer wieder auf, dass die Canon einfach in vielen Belangen in der Breite zuverlässiger ist und einfach auch die besseren Ergebnisse dadurch mir liefert, in meiner Art der Fotografie und des Filmens. Und ich bräuchte nicht zwingend die R5 Mark II. Aber ein großes Firmware-Update würde vielleicht hier und da nochmal helfen, je nachdem, wenn das technisch natürlich geht mit der Kamera. Gerade was den Autofokus betrifft, aber der ist schon sehr, sehr gut. Also im Vergleich zur A7R5, die mich gerade eben filmt, ist die R5 schon wirklich top, top, top. Und das muss man erstmal toppen können, um das Ganze zu wiederholen. Ja, die A7R5 hat den KI-Chip und die ist natürlich in der Motiverkennung besser, aber nicht zwingend besser in allen Belangen. Also gerade was Wildlife betrifft, da finde ich, ist die Canon immer noch einen Ticken voraus. Einfach weil sie schnell fliegende Vögel und Objekte schneller erkennt. Und die A7R5 ist eben besser, was das komplette Kleben am Auge betrifft. Da ist die Canon nicht ganz so gut. Aber was das reine Erkennen von Objekten angeht, finde ich, ist die Canon immer noch besser. Also würde vielleicht ein Firmware-Update helfen. Aber wir lassen uns alle überraschen, was dann mit der R5 Mark II auf den Markt kommt. Ob das wirklich so viel besser, ob das wirklich so lohnend ist zum Upgraden. Wenn ja, dann werde ich sie mir mal anschauen. Aber ich habe jetzt persönlich nicht vor, dann abzugraden, weil die einfach schon sehr gut ist. Und die R1 ist natürlich das Flaggschiff, auf das alle bisher seit Jahren warten. Die R3 war jetzt nicht wirklich das Flaggschiff. Sie war ja eher so eine Lückenfülle im Sinne von, wir bieten etwas über der R5 an. Aber nicht wirklich als Flaggschiff-Kamera, weil die R1, es soll ja noch etwas kommen, was deutlich besser ist. Und ich finde, mit der R3 hat sich Canon nicht so ganz wirklich den Gefallen getan. Im Sinne von, sie hat deutlich weniger an Auflösungen. Sie ist zwar in der Performance besser als die R5, aber in vielen anderen Belangen mindestens gleichwertig. Und ja, da kann man auch die R5 nehmen, oder? Und spart sich das Geld für Objektive. Ist so ein bisschen der Trade-off, den ihr da abwägen müsst. Aber ich denke, das wird spannend dieses Jahr, was Canon auf den Markt bringt. Ich lasse mich überraschen, was mit den beiden Kameras kommt. Und sobald es Neuigkeiten gibt im Sinne von Veröffentlichungen, werdet ihr es hier dann auf diesem Kanal auch gleich sehen. Okay, machen wir weiter mit dem Thema Fuji. Fuji-Film, ihr wisst, ich nutze sehr, sehr gern meine Fuji. Vor allen Dingen, also was heißt vor allen Dingen? Die XT-Serie, ich bin total angetan von der Haptik, von dem Look and Feel von dem Ganzen. Und auch die Fotos, die rauskommen, die sehen immer einfach toll aus. Das ist ein sehr eigener Look, den muss man mögen. Und ich finde ihn sehr charmant. Ich finde vor allen Dingen die Art Fotografie damit, finde ich sehr eigen. Und besonders gerade im privaten Bereich, das nutze ich weniger geschäftlich. Und jetzt soll die X100 Römisch 6 Nachfolgekamera, der X100V oder X105 kommen. Und das ist natürlich schon, das ist sehr interessant, weil die Kamera soll vor allen Dingen die Bildstabilisierung bekommen. Sie soll wahrscheinlich einen höher auflösenden Sensor bekommen, der dann hoffentlich auch ISO gut kann. Das wäre natürlich perfekt. Quasi gleiche ISO-Performance wie die Vorgängerkamera, aber noch höhere Auflösung und Stabilisierung fürs Filmen und fürs Fotografieren. Das wäre schon richtig gut. Und Fujifilm laut Gerüchten zufolge soll sie auch diesen Monat noch veröffentlichen. Also jetzt im Februar soll sie bereits kommen. Ich denke einige von euch werden schon darauf warten und darauf lauern, wann sie dann veröffentlicht wird, um sie sich dann vorzubestellen. Weil sie einfach, ja, Fuji-typisch irgendwas in uns auslöst, in uns Fotografen. Dieses Haben-Wollen-Gen, was einfach Fuji, denke ich, perfekt auch gut ausspielt. Und es gibt auch bereits einen Blick auf die Kamera. Denn Fuji hat einen Trailer veröffentlicht, wo ihr seht, see you soon. Und die Silhouette der Kamera quasi nur oben beleuchtet, aber der Rest komplett abgedunkelt. Und da haben die Freunde der Fuji Rumors das Ganze mal in den Helligkeiten nach oben gezogen und haben festgestellt, ach, das ist ja die Kamera wie bereits vorher. Die sieht quasi genauso aus, identisch. Wird sich wahrscheinlich nicht wirklich abheben, zumindest von vorn. Man geht davon aus, dass das 23mm Objektiv verbaut werden wird. Blended 2.0. Wenn man diesem Bild, diesem aufgehellten Videobild, Glauben schenken mag, dann wird das sehr wahrscheinlich von vorn zumindest die identisch gleiche Kamera werden. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie bezahlbar wird und dass sie vor allen Dingen verfügbar ist. Denn die X100V war jetzt nicht wirklich verfügbar und blieb deshalb sehr lange auch bis heute noch sehr hoch im Preis. Und auch wenn sie einzigartig im Aussehen und in den Möglichkeiten ist und man nicht wirklich Vergleichbares auf dem Markt findet, ist es natürlich schon heftig, dass die Kamera so lange im Preis so hoch bleibt und quasi bis heute für viele einfach dadurch unerreichbar ist. Und ich hoffe, dass die Nachfolgekamera irgendwie dem Ganzen nicht so nachkommt, dem man vielleicht den Preis schnell dann senkt, dass am Straßenpreis etwas fällt. Aber ich finde die Kamera sehr, sehr spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde mir auch über die Reviews dann vielleicht entscheiden, ob ich die Kamera mir vielleicht sogar zulege, mal sehen. Aber ich finde sie auf jeden Fall sehr interessant und ich denke, sie wird auf jeden Fall, zumindest was den Autofokus und was die Performance betrifft, der X-T5 sehr gleich ziehen. Das wird, denke ich, Fuji auf jeden Fall damit gelöst haben, indem man dann auch, egal welche Kamera, die gleiche Performance anbieten kann, damit man dann quasi nur noch entscheiden muss, was passt zu mir, welcher Look der Kamera gefällt mir oder passt zu mir einfach zum Outfit. Und ich muss mich nicht mehr zwischen der Performance entscheiden, sondern eher der Haptik und des Aussehens. Finde ich ziemlich gut. Wir werden abwarten, was dann noch kommt. Nikon. Rutschen wir rüber zu Nikon. Und zwar die Nikon Z8, wisst ihr, seit letztem Jahr auf den Markt gekommen. Die Top-Kamera in den Verkaufszahlen, die meistverkaufte Kamera letztes Jahr bei Nikon überhaupt. Und ich persönlich finde sie auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde sie sehr interessant, weil sie vieles vereint. Sie vereint zum einen das Aussehen und die Haptik der Z6, Z7-Reihe. Er ist nur ein bisschen größer und hat natürlich die Performance der Z9. Und jetzt kam vor kurzem ein neues Update raus, ein neues Firmware-Update. Das Firmware-Update 2.0. Man ist quasi von 1.01 auf 2.0 hochgerutscht und verändern sich die vorderen Zahlen vor dem Punkt. Dann bedeutet das meistens ein größeres Firmware-Update, wo man meistens auch wirklich was von merkt. Also keine Bugfixes im Hintergrund, sondern tatsächlich meistens etwas mit Autofokus, Motiverkennung oder Menü, neue Funktionen. Meistens bedeutet das deutlich mehr Plus, einfach haben auf der Haben-Seite für dich als User. Und dem ist auch so, die Z8 hat jetzt nochmal eine deutliche Verbesserung im Autofokus bekommen. Das war so ein bisschen der Kritikpunkt bei einigen, gerade im Wildlife-Bereich oder im Portrait-Bereich. Da war die Kamera nicht immer so zuverlässig, wie man sich das erhofft hat. Und das soll jetzt behoben worden sein, sodass der Autofokus jetzt wirklich super ist und quasi der Z9 nicht nur in nichts nachsteht, sondern fast schon ebenbürtig, fast schon besser sein soll, sagen einige. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sie soll auf jeden Fall damit eine Kamera sein, die quasi jetzt ein Alleinstellungsmerkmal hat, was man so am Markt in dieser Preisklasse jetzt nicht vorfinden kann. Sie hat außerdem die Pixelschiff-Funktion bekommen. Das heißt, du kannst jetzt mit einer Aufnahme bis zu 180 Megapixel große Bilder kreieren. Also wer das jetzt braucht, ich sehe das vor allen Dingen bei Produktfotografen oder bei Menschen, die Architektur fotografieren, wo sich quasi nichts bewegt. Ja, Himmel vielleicht, ja, aber die Gebäude bewegen sich nicht. Da sehe ich das schon. Also wer das macht, oder vielleicht so Studiofotografie, vielleicht auch Portraitfotografie. Wer das braucht, Produktfotografie oder die Modefotografie. Da sehe ich diesen Case schon. Für Landschaftsfotografen oder Hochzeiten und dergleichen sehe ich das eher weniger, weil sich natürlich dementsprechende Bildinhalte bewegen. Aber die Möglichkeit zu haben, ist sehr nett. In der Canon geht das ja auch hier bei mir. Habe ich nie benutzt, brauche ich nicht das Feature. Aber es zu haben im Sinne von, ich habe da mal etwas, dann möchte ich das ausprobieren, ist ganz nett, bevor man das am Ende in Photoshop und Lightroom zusammenrechnet. Aber sei jedem überlassen, ob es braucht oder nicht. Dann gibt es außerdem die Möglichkeit, jetzt endlich über eine Automatik, sozusagen KI-gestützt bereits im Vorfeld Fotos aufzunehmen. Also diese Best-Shot-Funktion, die man auch in der Z9 jetzt hat. Die Z9 letztes Jahr, das Firmware Update 4.0 bekommen. Da kam das dann auch rein, dass quasi die Kamera den besten Moment erwischt. Ich verstehe das eher so, dass die Kamera einen Moment vor dir auslöst, quasi bevor du den Auslöser drückst, sodass du quasi den Moment nicht verpassen kannst. Wir erinnern uns daran, wir Menschen haben eine leichte Verzögerung in unserer Wahrnehmung und die Maschine ist also einen Ticken voraus und ermöglicht dir dadurch, Aufnahmen festzuhalten, die du nicht geschafft oder nicht bekommen hättest, weil du als Mensch etwas verzögerst. Finde ich grundsätzlich gut, diese Möglichkeit, gerade als Hochzeitsfotograf. Ich bin damit ja auch sehr viel unterwegs. Sehe ich das schon als Case, weil du einfach im Moment des Ja-Wortes oder der Ringübergabe, da bist du zwar als Mensch darauf trainiert und ich übe das auch regelmäßig, aber die Sicherheit zu haben, dass du einen Ticken vorher auslöst, das kann ein Thema sein, wenn du damit nicht nur dein Geld verdienst damit, sondern auch einfach darauf angewiesen bist, gerade auch als Wildlife-Fotograf, kann das ein Thema sein, wenn du den einen Vogel, das eine Tier, das eine Mal nur so siehst, in dieser einen Pose und dann quasi draufhalten kannst und einen Ticken vorher kommt noch ein Bild raus, was vielleicht das aussagen kann, was du brauchst. Also das sehe ich auf jeden Fall, diesen Case, dass man da jetzt nachgebessert hat. Und für alle Videofans unter euch, wir wissen, die Z8 kann schon richtig gut filmen und bietet quasi alles, was du brauchst, also alles, was das Herz begehrt. Auch natürlich das N-Log, was es seit Jahren inzwischen bei Nikon gibt. Und jetzt kannst du das N-Log, das flache Filmprofil, auch mit deutlich niedrigere ISO verwenden. Das heißt, das Rauschverhalten ist nochmal hier besser geworden und das im Film weniger rauschen. Für alle, die das ein Thema ist, ich filme damit jetzt nicht, aber wer das braucht, der kann sich jetzt freuen, dass dieses Feature auch endlich dabei ist. Ja, gehen wir noch rüber zu den Objektiven. Und zwar Sigma hat ein Weitwinkel-Objektiv in Planung und zwar ein 15mm 1.4 für den L-Mount, die L-Mount Alliance, wir kennen das, und den Sony E-Mount. Und da soll ein Fisheye-Objektiv kommen mit 15mm für den Vollformat geeignet, Blender 1.4. Ich frage mich, warum ein Fisheye-Optik bei 15mm verbaut. Das kenne ich eher bei Optiken, die unter 10mm sind, weil es einfach die optische Wölbung dann sozusagen hergibt und die optische Wölbung überhaupt existiert durch die krasse kurze Brennweite. Aber Sigma wird sich was dabei gedacht haben und für alle, die diesen 90er-Jahre-Skater-Look kennen und mögen und lieben gelernt haben, diesen Fisheye-Look, die werden jetzt glücklich gemacht von Sigma. Also alle, die eine Sony-Kamera oder in dem L-Mount, also Panasonic gehört dazu und Leica, die werden sich freuen, dass sie dieses Objektiv jetzt verwenden können. Im Fisheye-Look von Olympus OM Systems gibt es ja auch dieses 8mm-Objektiv, auch sehr lichtstark und das hat auch diesen Wölbungseffekt, diesen Fisheye-Look. Ich persönlich bin, wie gesagt, kein Fan davon, aber gerade in der Astrofotografie oder wenn man spezielle Sachen damit filmen oder fotografieren möchte, da kann das ein Thema sein und besonders lichtstark ist natürlich nicht verkehrt, weil du dann mit niedrigerer ISO arbeiten kannst und vielleicht auch für Nachtaufnahmen das Ganze gut einsetzen kannst. Mich würde interessieren, ob ihr Fisheye-Objektive benutzt, ob ihr Fisheye-Optiken generell mögt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir und freut mich das Rückmeldung, sondern es hilft auch diesem Kanal im Algorithmus, sodass ihr YouTube damit sagt, bitte diesen Kanal pushen, also gern an dieser Stelle ein Abo hier lassen, einen Daumen nach oben und die Glocke aktivieren, wenn ihr möchtet. Damit unterstützt ihr mich und vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Soviel zu den Neuigkeiten, aber wir haben natürlich noch viel mehr heute in petto und zwar auch das Thema Bildervorstellung aus Instagram. Das möchte ich gerne aufgreifen und ich habe mir wieder spezielle Bilder rausgesucht. Ihr könnt gerne den Hashtag SilviusWoche nutzen. Wer sein Bild damit versieht, der taucht dann in meiner Suchleiste auf und da sehe ich das gerne in diesem Explore-Feed und kann dann darauf zugreifen und das mache ich sehr, sehr gern. Also wenn das passt für YouTube-Videos, die Instagram-Beiträge hier zu zeigen, mache ich das sehr gern. Das heißt in diesem Fall, nutzt das gern für eure Bilder, dann werdet ihr hier vielleicht auch mit ausgespielt. Und ich habe unter anderem ein Foto heute von Banks on Tour rausgesucht. Er war am Wald unterwegs, hat ein Landschaftsfoto aufgenommen. Ich blende das hier mal ein daneben. Und da seht ihr wunderbar die Wurzel in Szene gesetzt. Im Hintergrund ist ein bisschen unscharf der Wald, aber nicht zu unscharf, also jetzt nicht freigestellt ohne Ende, sodass wir also noch sehen können, wo das Ganze aufgenommen wurde. Und ich finde das schön, wenn kleine Details in der Natur gezeigt werden, dann auch wunderbar aufgeteilt werden. Ihr seht unten im unteren Bereich, im unteren Drittel ist der Wurzelbereich. In der Mitte haben wir dann das Gewächs, was dann rauswächst aus dem Stamm, aus der Wurzel und im Hintergrund im oberen Bereich dann der Wald. Finde ich sehr, sehr schön. Also vielen Dank, dass du deinen Beitrag damit geteilt hast. Als nächstes haben wir Nikolaus Röhrl. Er war in Österreich unterwegs und hat dort einen Wasserfall fotografiert. Und typischerweise ist es gar nicht so einfach, Wasserfälle zu fotografieren, weil du entweder mit den ND-Filtern beispielsweise die Farben ein bisschen verschiebst und das sieht dann nicht mehr so gut aus. Oder der Wasserfall einfach viel zu groß ist, um ihn aufs Bild zu bekommen. Ihr kennt das Problem bestimmt gerade in den Bergen, in den Alpen. Je höher du kommst, desto riesiger werden die Wasserfälle. Und er hat ja aber Glück gehabt, er hat einen Spot, wo der Wasserfall nicht nur komplett draufpasst, sondern du auch vorn im Vordergrund den Fluss siehst, wo das Wasser abfließt. Das finde ich immer besonders schön, wenn man nicht nur den Wasserfall sieht, sondern auch den Wasserverlauf noch mit beobachten kann und du quasi die Betrachtung des Bildes lenken kannst, indem du den Wasserfall siehst und nach unten rechts das Wasser wegfließt. Finde ich sehr, sehr schön geworden. Ist dir echt gut gelungen. Also herzlichen Glückwunsch für diese Aufnahme. Dann rutschen wir weiter rüber zu Marcel Siebert. Marcel Siebert konnte ich letztes Jahr im Vogtland kennenlernen. Grüße gehen raus an Marcel. Und er war auf den Lofoten unterwegs. Und ihr wisst, letztes Jahr war ich auf den Lofoten und habe unter anderem auch den Ort in Rheine besucht. Also dieses Fischerdorf, dieses Postkartenmotiv. Und er war auch dort gewesen, hat das Ganze aber beim Winter, also im Winter fotografiert. Ich war letztes Jahr im Mai dort, da lag nur noch teilweise dort unten Schnee und er hat es quasi perfekt bei Schnee eingefangen. Also die kleinen Hütten sind alle mit Schnee bedeckt, die Felsen sind mit Schnee bedeckt und auch dieser Gipfel im Hintergrund ist wunderbar mit Schnee bedeckt. Und er hatte Glück mit dem Wetter. Also er hatte ja blauen Himmel, Sonnenschein, sodass das Ganze einen schönen Kontrast abbildet. Also nicht nur der Schnee und das blaue Meer, sondern auch ein schöner orange Glow im Hintergrund in dem Gipfel. Sieht sehr, sehr schön aus, passt auf jeden Fall sehr gut zusammen von den Farben und weckt so ein bisschen die Sehnsucht in mir, wieder nach Rheine zu fahren. Also irgendwie kann ich mir nicht helfen. Ich glaube, ich muss dort nochmal hinfahren. Spätestens jetzt, wenn ich dieses Bild von Marcel gesehen habe. Man muss sich dann durchringen, auch mal am Winter hochzufahren, oder? Das muss dann einfach mal sein. Also sieht sehr, sehr schön aus, Marcel. Ist ja sehr gut dieser Shot gelungen. Dann schauen wir weiter nach Bayern und zwar zu Jennifer, Jennifer.hockey. Sie hat eine Fotoreihe, es sind drei Fotos. Ich habe mir das mittlere Bild rausgegriffen, weil ich diesen Look sehr gern mag. Ich habe selbst auch auf den Lofoten einige Fotos so gemacht. Habt ihr letztens bei mir auch gesehen. Quasi im Vordergrund eine Person, unscharf. Aber nicht zu unscharf, sondern so, dass du noch alles erkennen kannst. Du siehst quasi die Mütze noch, du siehst die Haare von der Person. Und man sieht, es ist eine Person. Und diesen Look finde ich sehr schön, wenn es quasi nicht unkenntlich unscharf gestellt ist, sondern so, dass man es sehen kann. Und im Hintergrund der Wald und die Berge finde ich wunderschön aufgeteilt. Jennifer, dieses Foto ist dir sehr gut gelungen. Da kann ich auch nur ein Kompliment aussprechen. Da du eben auch die Berge im Hintergrund sehen kannst und noch den Wald im Vordergrund siehst, der eben nicht zu dunkel ist, sondern so, dass du es noch erkennen kannst. Ist sehr, sehr schön. Also auch hier vielen Dank, dass du meinen Hashtag benutzt hast. Und dann kommen wir zum letzten Foto, zu nico.shoot. Ihr kennt Nico von mir aus den Videos, aus den Vlogs, zum Beispiel vom Eibsee, beziehungsweise hier von Instagram, wenn wir unterwegs waren. Und Nico hat ein Foto von Damorhead in Schottland, glaube ich, war jetzt unterwegs gewesen. Das ist ein sehr aktuelles Bild. Und das hat er jetzt aktuell bei sich reingestellt. Schaut gerne auch bei Nico vorbei. Und er hat dort ein Schaf fotografiert, was sich quasi am Gipfel, ich vermute, irgendwo an der Klippe befindet. Es ist ja ein bisschen abenteuerlich, wenn die Tiere sich dann dort in der Nähe der Klippen aufhalten und dort völlig entspannt ihr Gras fressen und dort völlig entspannt auch rumliegen oder rumstehen und dort quasi es weiter hinten metertief runter geht bis zum Meer. Aber sehr, sehr schön, dass auch hier das Ganze nicht zu unendlich freigestellt wurde, sondern dass man im Hintergrund noch gut erkennen kann, dass man sich am Meer befindet, dass im Hintergrund auch noch Felsen sind, also dass die Landschaft mit eingebunden wurde. Sehr, sehr, sehr gut gelungen, Nico. Ein Kompliment auch an dich für diesen Beitrag. Gefällt mir richtig gut. Und dann zum Abschluss noch etwas aus einer Story, also kein Bild oder Video. Und zwar ein Hinweis von mir, die Mandy. Ich verlinke sie auch hier unter meinem Video. Die Mandy und der Moritz, ihr kennt sie auch von mir aus, glaube ich, aus dem Podcast. Genau aus dem Podcast. Wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen beziehungsweise teilen uns teilweise auch die Beiträge gegenseitig. Und die Mandy hat aktuell eine Bildausstellung in Chemnitz und zwar an dem Café Dreamers. Das heißt Dreamers Chemnitz, so heißt der Instagram-Kanal von diesem Café und von dem Ausstellungsort. Und dort könnt ihr aktuell noch Mandys Fotos betrachten. Ihr wisst, Mandy hat eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Spots, wo sie bisher gewesen ist. Sie sind sehr, sehr toll, sind sehr inspirierend. Und sprechen mich immer wieder an, endlich doch mal die Flugangst zu überwinden, um nach Island zu fliegen oder nach Madeira zu fliegen oder Portugal. Also all diese schönen, wunderschönen Spots, eine sehr gute Auswahl der Spots könnt ihr dort bewundern. Und schaut gerne mal dort, wer in der Nähe wohnt, vorbei. Ich denke, Mandy und Moritz würden sich sehr darüber freuen. Und ich selbst werde mir auch noch vornehmen, dort mal hinzufahren, weil ich es einfach schön finde, wenn man Fotos nicht nur digital zeigt, sondern auch Fotos ausdruckt. Also sei es als Buch, als Magazin oder eben zum Aufhängen, das ist egal. Aber man, du zeigst auch die Bilder. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit den Motiven und mit den Erinnerungen von dem Spot umzugehen, als eben nur digital auf dem Telefon. Deshalb freut es mich sehr, dass sie dort die Bilder ausstellt. Und der Aufruf geht jetzt an euch raus sozusagen, zu diesem Café zu fahren und Mandys Fotos anzuschauen. Und dann mir unter dieses Video hier zu schreiben, wie ihr die Bilder findet, wie sie euch inspiriert haben und ob ihr auch in diesen Spots bereits gewesen seid. Okay. So, soviel dazu heute. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Lust und Laune gemacht, selbst wieder rauszugehen, zu fotografieren, zu diesen Spots zu gehen, die wir heute hier gesehen und gezeigt haben. Und vor allen Dingen auch die Beiträge mit zu unterstützen. Ich verlinke alle Kanäle, die wir hier gesehen haben, unter diesem Video. Das heißt, du hast in Ruhe Zeit nochmal selbst dort reinzuschauen, gern dort auch zu folgen und dort gern auch Likes dazu lassen, wenn dir das eine oder andere gefällt. Und dann würde ich sagen, wenn du gern mal hier zu sehen sein möchtest in meinen Videos, dann benutze unbedingt den Hashtag SilviusWoche und tagge deine Beiträge damit, dann sehe ich das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.